Drecke hier, huah, wenn man das Auto unter Kontrolle hätte. Ja, und das war der Vormittag. Das waren diese drei Theorie-Vorträge, die recht interessant waren. Nachmittag ging es dann weiter mit Praxisstationen und wir haben angefangen, unsere erste Station war das KIT. Das KIT gibt es bei uns in Österreich, also nicht nur bei uns in Österreich, das gibt es auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Das KIT ist das Kriseninterventionsteam und die werden gerufen, wenn es darum geht, Einsätze zu haben, wo man einfach damit rechnen muss, dass Angehörige oder betroffene Personen, wie soll man sagen, das nicht verarbeiten können, beziehungsweise einfach dann, ach Mann, sondern einfach dann in der Luft hängen, sage ich mal. Wenn man sich das vorstellt, in der Familie sind die Enkel da und der Großvater stirbt vor deren Augen oder die Großmutter ist alleine und der Großvater stirbt und sie weiß ja nicht recht, was sie machen soll, wo sie hin soll, dann ist das ein Thema für das KIT, weil wir vom Rettungsdienst können natürlich nicht so lange bei den Angehörigen verbleiben, denn wir müssen ja dann weiter zu anderen einsetzen, womöglich diesen Tunnel mag ich überhaupt nicht, mit dieser blöden Ecke da. Also für das gibt es dann das KIT, das wird dann alarmiert von uns und das kommt dann auch und begleitet dann die Angehörigen über die nächsten Stunden und bei den nächsten Schritten, also kümmern sich vielleicht um die Bestattung oder helfen dann, andere Angehörige zu verständigen oder ja, irgendetwas in die Richtung, also alles, was halt da nötig ist, machen die dann mit den Leuten, damit sie einfach einen Halt haben und sie schauen einfach, dass sie zum Beispiel weitere bekannte, verwandte Mann, oh Mann, oh Mann, weitere bekannte und verwandte dann Kontakt herstellen, damit sie dann einfach einen Halt haben und dann einfach weiter können. So, links haben wir einen schönen Wasserfall, muss doch mal auf die Außeransicht gehen da, obwohl das fast bei Forza 4 fast schön ist dargestellt, oder? Däuscht mir das? Warum wollen mich alle so gerne rammen? Es gibt kein Schadensmodell hier, hallo! Moment, das ist ein optischer Schaden und der ist eh lächerlich, muss man eh sagen, leider. Also das ist eben das KIT-Team und das wird bei uns relativ, ja eigentlich fast bei ja, bei vielen Todesfällen automatisch schon mit alarmiert. Sobald man das Rettungssentäter sieht, hoppala, die könnten wohl Hilfe gebrauchen, ich glaube, die schaffen das eben nicht so leicht alleine oder brauchen sie da irgendwelche Assistenz. So, jetzt bleiben wir mal stehen, jetzt warten wir mal, bis die ganzen Wahnsinnigen da vorbei sind. Ja, jetzt fahrt es mal weiter, tobt sich aus da vorne irgendwo. So, jetzt können wir weiterfahren, sehr schön. Ja, das KIT-Team. Unsere zweite Station war dann, lass mal kurz überlegen, ah ja, da ging es dann an die Sau. Wird geheißen, Bühlau-Drainage an der jungen Sau. Die Bühlau-Drainage ist ja eine Notfallversorgung, die vom Notarzt durchgeführt wird. Da ging es einfach darum, dass wir Notfallsanitär sehen oder nochmal in Erinnerung zurückgerufen bekommen, was braucht man alles, um was geht es, was passiert da, was muss man vorbereiten, einfach das wieder ein bisschen zu refreshen, was zu tun ist. Bühlau-Drainage, die wird verwendet, wenn zum Beispiel, also wenn die Lunge zusammenfällt, das kann passieren, aufgrund eines Unfalles, aufgrund eines Schlages, aufgrund eventuell, dass eine Rippe zum Beispiel sich in die Lunge bohrt, also da hat dann Luft aus, oh, schöner Flug hier, schöner Flug hier von Black Arrow. Wenn zum Beispiel eben die Luft dann austritt und die Luft dann zusammenfällt, weil die Lunge an sich, die Lunge zusammenfällt, die Lunge an sich ist ja nur so eine, sagen wir mal nicht schlapprige, aber doch eine nicht feste Konsistenz, man weiß nicht mehr, dass schon mal eine Lunge mal gegessen hat vom Metzger, sich mal eine geholt hat, das ist wirklich so eine, ja, wie kann man es denn erklären, so wie ein, ja, ich weiß nicht, wie es erklären soll, auf jeden Fall ist es wirklich eine Konsistenz, die in sich im Prinzip zusammenfällt und die wird ja im Prinzip nur gehalten, in dem zwischen Rippenfell und Lungenfell ein Vakuum besteht und dadurch wird die Lunge mehr oder weniger an dieses Lungenfell gesaugt und wird, wenn man atmet, man atmet ja auch mit dem Brustkorb oder mit dem Bauchraum, sprich, dann breitet sich der Brustkorb aus, dann wird einfach die Lunge auch ausgedehnt und das ist im Prinzip wie ein Staubsauger, dann wird die Luft eingesaugt und wenn es natürlich eine Rippe da, diesen Pleurer-Spalt, den nennt man so, diesen luftleeren Raum, wenn der natürlich dann angestochen wird, diese, Achtung, hier diese Stromanlage, diese gibt es in Naturrauch, ja, also das habe ich beim Foto eben von meinen Kollegen auch gesehen, die gibt es in Naturrauch und wenn es eben diese dann zusammenfällt, dann kann man das Ganze beheben, man beheben unter Anführungszeichen, man kann eben akut einmal schauen, dass man von außen mit einer relativ großen, dicken Nadel hineinfährt, dann außen ein Heimlich-Ventil montiert, das Heimlich-Ventil, das hat einfach den Namen, weil der Herr heimlich hat das erfunden, das ist im Prinzip nichts anderes wie so ein Kunststoff, Kunststoff, wie soll ich das, Plastik, Plastik-Schlauch, der aber ganz weich ist, der im Prinzip auch so in sich zusammenfällt, wie beim Saxophon das Blättchen, wo man ein Geräusch macht, wenn man durchbläst, dann macht das ein Geräusch und genau so ist es, sowas ist es auch, wenn man in eine Richtung kann Flüssigkeit durchfließen, in die andere Richtung kann nichts durch und da kann man eben diese Luft dann wegbekommen, bis es auch die Flüssigkeit sich aufgrund einer Blutung vielleicht sammelt und das habe ich mit Naturrauch gesehen, das ist eben ein totes Schwein gelegen, ein neues Ziel war es suchen, ein totes Schwein gelegen und da wurde ihm gezeigt, wo eben dieser Arzt dann den Schnitt macht, wir fahren auch rauf nach Pimont, wo der Arzt eben diesen Schnitt macht, das muss man, man muss wirklich mit dem Skalpell da rein, weil mit dem Finger, mit dem Finger alleine kommt man das ja nicht, oder mit, mit, oder mit, mit der Nadel kommt man nicht so durch, man muss wirklich mit dem Skalpell die Haut aufschneiden, dann eben die Muskeln zwischen die Rippen aufschneiden und dann eben mit dieser Nadel, die ist wirklich relativ dick, mit diesem Schlauch dann eben eindringen, um dort eben das dann, dafür zu sorgen, dass eben die Luft oder die Flüssigkeit eben raus kann. Das war eigentlich sehr interessant, weil wir durften dann auch mal selber mit dem Finger, also wirklich mit Handschuh natürlich dann wirklich zwischen, also durch die Haut, zwischen den Rippen durchfühlen und waren wirklich alle recht überrascht, wie weit das man eigentlich rein muss, da musst du wirklich fast den ganzen Zeigefinger reinbohren, dass du dort bist, wo du eigentlich hin musst, das war wirklich imposant, mal das zu erleben und zu sehen. Man muss auch sagen, diese Notarztätigkeit einer Bühlau-Drainage habe ich in meiner 21-jährigen Karriere hier beim Rettungsdienst, beim Roten Kreuz erst einmal erlebt, muss ich auch sagen, also das wurde einmal wirklich vor Ort gemacht und das war ein Motorradfahrer, der hat einen Verkehrsunfall und ist mit einem Auto kollidiert und da hat man wirklich gespürt, auch auf der Haut, dass es wie so ein ganz feines, wie wenn da lauter Luft unter der Haut wäre und das ist einfach aufgrund des Austrittens von Luft von der Lunge und da entsteht dann einfach so, das fühlt sich wirklich auf, wenn man dieses, ihr kennt dieses, dieses Kunststoffpapier, diese, die man so gerne auch so drücken kann, diese Schutzfolie und ja, mit dem, mit dem, mit dem kann man es vergleichen und es ist ja nur ganz viel feiner und wenn man das spürt, dann ist halt wirklich höchste Eisenbahn wirklich die Lunge die einfach hier aus hat. So ist das Auto nehmen wir denn jetzt, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir, jetzt fahren wir weiter hier mit Evora S-Lotus, den nehmen wir. Genau. Eine Frage von Maika, wie verarbeitet ihr Rettungsanäte das eigentlich, wenn jede Hilfe zu spät kommt für den Patienten? Ja, das ist eine ganz interessante Sache und nicht generell zu beantworten. Es ist nicht für jeden gleich, muss ich einmal sagen, ich kann es mir nur von mir ausgehen. Oder andersrum, prinzipiell haben wir bei uns im System etwas integriert, das nennt sich SVE, das ist die Stressverarbeitung nach belassenen Einsätzen und da gibt es die sogenannten Peers, die sind diese Ansprechpersonen, das sind Vertrauenspersonen, die natürlich im Hintergrund einen Psychologen haben, also ausgebildet wurden auch und bei denen geht es im Prinzip darum, dass die Leute, die zu Ihnen kommen und sagen, hey, ich habe da ein Problem, der Einsatz gibt nicht aus dem Kopf und dann gibt es einfach gewisse Symptome in Schlafstörungen, einfach psychische Belastungen und dass man einfach übermäßige Alkohol genutzt und so weiter, also wo man einfach dann vielleicht selber auch merkt, irgendwas passt da nicht mehr. Und es kann schon vorkommen und es hat auch schon abgebrüht, dass die Sanität hat erwischt, die einfach einen Einsatz erlebt haben, der ihnen definitiv einfach zu viel war, wo einfach der Körper gesagt hat, hey, Alter, jetzt reicht es, das müssen wir irgendwie klären, das musst du irgendwie aufarbeiten oder sonst irgendwie. Ich bin davon noch verschont geblieben, glaube ich halt zumindest mal. Also ich hatte noch nicht so ein grobes Problem mit solchen Dingen, obwohl ich sagen muss, jeder hat natürlich seine eigene Art und Weise, wie er mit diesen Situationen umgeht. Ich meine, natürlich sieht man viele Tote und man sieht auch genug Leute, wo du einfach nichts mehr machen kannst, wo du einfach sagst, ja, der ist halt einfach tot, es ist so. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt hinkomme als Rettungsdienstler und sage, er ist bereits tot, also ich komme hin und sage, aufgrund des Verkehrsunfalles, aufgrund der Verletzungen, aufgrund von, ja, wer einfach schon länger liegt und so weiter, ist einfach nichts zu machen. Oder ich komme hin und habe einen Patienten vor, mit dem ich noch reden kann und während meiner Tätigkeit verstirbt er dann, weil er einfach so schwere Verletzungen hat, weil er einfach nichts mehr zu machen war oder wie auch immer. Da ist dann für mich persönlich eigentlich wichtig, dass ich sagen kann, ich habe alles in meiner Machtstehende gemacht. Also wenn ich alles getan habe, was mir gelehrt wurde, was ich als Rettungs- beziehungsweise Notfallsanitäter machen kann, machen muss und Möglichkeiten habe, wenn ich das alles ausgeschöpft habe und dann bringt es trotzdem nichts, dann kann ich zumindest sagen, na gut, dann hat es einfach nichts sein sollen. Ich habe gemacht, was ich machen konnte und wenn auch der Notarzt dabei ist und sagt, ja, er macht auch was geht und ja, dann bringt es nichts, dann ist es einfach so. Ich sehe es für mich primär mal so, dass ich mich einfach gar nicht so sehr darauf einlasse, mich immer Gedanken zu machen, ja, hat er Familie, ist er jetzt da irgendwie, ja, Angehörige und so weiter. Natürlich, vor Ort kümmere ich, mich schon um Angehörige, aber wenn ich dann den Einsatz beende und das dann abgeschlossen ist, dann kümmert es mich einfach nicht mehr, ja, dann abgeschaltet, fertig und das ist auch sehr ledig. Was natürlich schon immer wieder vorkommt, dass wir einfach die Sache dann für uns intern auch besprechen, also mit dem Team, mit dem ich dann unterwegs war, speziell dann auch, wenn wir vielleicht einen relativ neuen dabei haben und das kommt ja relativ oft vor, denn so alle zwölf Monate bekommen wir frische Zivildiener und die fahren natürlich auch mal am Rettungswagen mit, gerade in ihrer Ausbildung und da kann es dann schon sein, dass der Einsatz ja schon ein bisschen belastend ist und da muss man dann schon ein bisschen Auge drauf haben und sagen, hey, Quatsch mal, was hast du gesehen, was haben wir alles gemacht, hast du Fragen, warum wurde etwas vielleicht so gemacht und dann kommt man schon immer wieder mal drauf, dass die Leute ja schon Fragen haben und nicht so ganz klar sind, warum habt ihr den Patienten jetzt zum Beispiel was, was, das und das verabreicht, warum wurde das dem, das gröbere Problem ist, wenn man sagt, warum wurde etwas nicht gemacht, warum hat man das nicht getan und das sind Sachen, die müssen einfach geklärt werden, damit sich die Leute oder eben die Newbies, sage ich mal, dann bewusst werden, ja okay, es wurde gemacht, was machbar ist, was Sinn macht und wenn das dann auch nichts bringt, dann ist es einfach so. Bei vielen Patienten ist das auch so, was du sagen musst, ja, liebe Leute, ein 90-jähriger Haupter, ein 90-jähriger, der sein Leben gelebt hat und einfach mit einer Vorgeschichte dann umfällt und tut es, der darf dann bitte auch mal sterben, ja, jeder Mensch darf auch sterben, es ist so, es hört sich hart an, aber es ist so und da, das, ähm, das, 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 darf man einfach nicht übersehen, also, das im Kopf behalten. Es ist auch die Frage, ob wir Sanitäter den Tod, jemanden für Tod erklären dürfen, ja, dürfen wir, äh, da müssen allerdings, holen wir so ein neues Auto, da müssen allerdings sichere Todeszeichen gegeben sein, als sichere, oh Mann, als sichere, also das Crashen macht ihnen Spaß eindeutig, oder? Kann das sein? Ich finde es ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, aber macht nichts. Ähm, wir dürfen den Tod erklären, es gibt, da gibt es allerdings, die Klausel, sichere Todeszeichen, das heißt, sichere Todeszeichen, äh, fallen unter anderem, äh, äh, die Totenstarre, bis an Leichenflecken, obwohl die, also auch mit Bedacht zu sehen sind, denn die sind gar nicht immer so hundertprozentig zu erkennen, äh, Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind, da gibt es ja eine schöne Klausel, ähm, ja, das, äh, kann sich vielleicht jeder selber ausrechnen, weil so in diesem Grand Tourisman, Maserat, das ist mal ganz was anderes, äh, das sind einfach Verletzungen, wo du sagst, okay, da kannst du nicht leben, ja, ich sag's mal ganz, ganz ungespitzt, Kopf ab zum Beispiel, ja, da braucht ja nicht überlegen, den braucht ja nicht reanimieren, erstens geht's, und zweitens macht's keinen Sinn, oder eben so aus, aus, ausgedehnte Zerstörungen, wenn du sagst, okay, äh, ein Fahrzeug ist über jemanden drübergerollt, so wirklich komplett, von vorne bis hinten, und, ja, da ist nichts mehr da, oder eben, ähm, so, lass mich nochmal durch, oder eben, so extreme Kopfverletzungen mit Austritt von, ja, ihr könnt sich, ihr könnt sich das schon ausrechnen, was es geht. Also diese Sachen dürfen wir ja sehr wohl auch feststellen, klar. Sonst heißt,